Willkommen zum Video Lernzyklus dividieren mit natürlichen Zahlen. Ich bin Marcel dein Coach. Nachdem du diesen Lernzyklus angeschaut und mitgemacht hast, wirst du dividieren mit einstelligen und zweistelligen Zahlen können. Bevor wir ins dividieren einsteigen solltest du dir sicher gehen, dass du bereits gut subtrahieren und multiplizieren kannst. Versuche es gleich mit diesen Aufgaben. Pausiere das Video und notiere deine Lösungen auf einem Blatt. Die Ergebnisse der Multiplikationen sind 63, 36, 42 und 105. Die Ergebnisse der Subtraktionen sind 108, 134 und 25. Hast du die gleichen Ergebnisse? Gut gemacht! Bei der Division gibt es drei Teile. Den Dividend, den Divisor und den Quotienten. Die erste Zahl einer Division nennt man Dividend. Danach kommt das Divisionszeichen und dann der Divisor. Das Ergebnis, also das nach dem Gleichheitszeichen, ist der Quotient. Diese Reihenfolge darf niemals getauscht werden. Schauen wir uns ein Beispiel an. Der Dividend ist 108, 4 ist der Divisor. Zuerst müssen wir nachsehen, wie viele Stellen mein Quotient haben wird. Dafür gehe ich jede Ziffer des Dividenden durch und frage mich dabei, wie oft geht der Divisor in die erste Stelle. Wenn es geht, also es passt öfters als 0 mal, mache ich ein Häkchen und beginne zum Rechnen. Wenn nicht, gehe ich weiter und stelle mir für die Zahl aus den ersten beiden Ziffern die selbe Frage und so weiter. Für unser Beispiel 4 geht in 1 0 mal. Also muss ich mir die ersten beiden Zahlen ansehen. 4 geht in 10 2 mal. Nun setzt du ein Häkchen über die Zahl aus den ersten beiden Ziffern über die 10. Ich mache dann hinter dem Gleichheitszeichen einen Punkt für das Häkchen und einen Punkt wie jede weitere Ziffer, die nicht unter dem Häkchen steht. Nun beginnst du mit dem eigentlichen Rechnen. Wie oft passt der Divisor in die Zahl unter dem Häkchen? 4 passt in 10 2 mal. Du schreibst die Zahl an und rechnest mit einer Multiplikation zurück. 2 mal 4 ist 8. Damit du auf einen Zwischenrest kommst, brauchst du noch eine Subtraktion. 2 mal 4 ist 8 und wie viel ist 10 und 2 ist 10. Also schreibe ich unter die 0 der 10 den Zwischenrest 2. Jetzt rutscht die 8 zu der 2 hinunter. Die neue Zahl lautet 28. Jetzt machst du dasselbe wie vorher. 4 geht in 28 7 mal. 7 mal 4 ist 28 und wie viel fehlt auf 28 und 0 fehlt auf 28. Du schreibst die 0 unter den 8er und ein R-Punkt für Rest. Am besten unterstreichst du das Ergebnis doppelt. Dann ist die Rechnung erledigt. War das jetzt zu schnell oder zu viel? Keine Sorge, schau dir das nächste Video an und am Ende des Lernzyklus kannst du diese Rechnungen genauso schnell wie ich. Wie? Keine Sorge, schau dir das nächste Video an und auch bis zum Teil der Video an, bis zum Teil der Video an und am Ende des Lernzyklus. Vielen Dank.